Norddeutscher Rundfunk 2021 Hast du Sonntag Dienst? Leider. Denkst du alle schlechten Schichten? Leider muss ich machen. Und Nachtschicht die nächste Woche? Das war aber schon vorher so geplant. Habt ihr heute keinen Fisch gefangen? Er hat sich angestellt. Wie angestellt? Er hat sich gelangweilt. Wir sitzen da in dieser grandiosen Landschaft und mein Sohn stellt sich blind und taub. Ich muss Hausaufgaben machen. Ich hoffe, dir hat es geschmeckt. Wir brauchen neues Futter für die Schafe draußen. ist keine Halm mehr. Schafe sind deine Sache. Na, ich weiß. Hast du nicht Norweges heute noch? Ich geh da nicht mehr hin. Warum? Ich kann, was ich brauch. Man hat dich aber nie reden. Überlass das mal mir, mein Schatz. Was ist? Was? Guckst du. Die Dunkelheit hängt mir zum Hals raus. Was? Was?